So entschlossen im Internet zu sein. Ja man, WTF, trotzdem kann ich doch Kevin satzen, also trotzdem kann ich doch Kevin, der ein richtig guter Kollege von mir ist, einer der größten Streamer in Deutschland, trotzdem kann ich doch ihm sagen, wenn ich das nicht geil finde, hey, nimm meine Stimme bitte raus, ich fände es vielleicht nicht so cool, aber jetzt sagt er so, nein, Papa Platten hat das Recht, deine Stimme ist öffentlich, überall zu hören, er darf das benutzen, man. Ich habe doch noch nicht mal was gesagt. Ähm, ich glaube, das sollte nur...